Intro Na hey, Schoosch Leute, willkommen zu dem neuen Schoosch zum Sonntag Heute am Sonntag, den 21. wenn ich mich nicht jetzt ganz täusche Was bei mir sehr gerne passiert, gerade wenn ich so ein bisschen, weiß ich, irgendwie stehe ich heute sehr sehr neben mir Und zwar nicht nur so, dass ich neben mir stehe, sondern gedanklich Ich weiß nicht, ist ganz merkwürdig heute Fakt ist aber auf jeden Fall, was kommt diese Woche wieder auf euch zu DMC, ganz normal, habe ich jetzt am Donnerstag frisch aufgenommen, sehr frisch sogar Und jetzt, morgen geht das los mit Ratchet & Clank für die PS... Yeah, um genau zu sein Und was das angeht, muss ich nämlich auch nochmal ein paar Worte verlieren Nämlich hat man mich eigentlich vorgewarnt, von wegen, man soll Probleme kriegen mit den Cutscenes Ich habe jetzt schon letzte Woche, als ich das gelesen habe, das war schon am letzten Schoosch zum Sonntag Nochmal danke, dass man mich überhaupt darauf hingewiesen hat Habe ich mal geguckt, ich habe es schon hochgeladen, kam aber nichts Ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt so bleiben wird, dass ich da jetzt nicht irgendwelche Copyright-Probleme kriege Weil das angeblich alles Cutscenes aus dem Film sind Ich hoffe einfach mal, dass YouTube da jetzt mittlerweile sich denkt so Ja, von mir aus, mach halt Oder, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen merkwürdig Von daher, ich werde das im Auge behalten Ich werde auch meine Rohdateien mal ein bisschen im Auge behalten müssen dann So ungern ich das auch tue, weil die verdammt groß sind jedes Mal Aber ich bleibe das im Auge, weil ich bin da auch jetzt ein bisschen skeptisch geworden Jetzt die Woche kommt aber ganz normal, geht ganz normal morgen los um 13 Uhr Und dann immer von Montag bis Freitag Und DMC, wie gesagt, auch wieder Mumifro Mumifro Auf jeden Fall, das geht auch ganz normal weiter Zum Wochenende habe ich noch nichts aufgenommen Jetzt zu dem Wochenende Habe ich auch aktuell gerade keine Idee Also jetzt aktuell nicht Aber ihr lasst mir was einfallen Ihr lasst mir wie immer was einfallen Ihr kennt mich, ich fall gerne ein Das klang falsch Fakt ist, wie sieht es diese Woche mit Streams aus? Heute sehr wahrscheinlich Ich möchte eigentlich heute sehr gerne streamen mit der Konfi Weil, äh, der letzte Stream mit der Konfi Donkey Kong Country, wo wir durchgespielt haben, kam super an Hatten wir sehr viele Zuschauer bei Äh, sehr viele neue Follower auf Twitch Und das finde ich geil, das hat auch echt Spaß gemacht Deswegen möchte ich heute den zweiten Teil anfangen Ich bin zweifelt, dass ich den heute durchspielen werde Aber, ich denke mal auf jeden Fall anfangen Und ein bisschen weit kommen auch wahrscheinlich Je nachdem Muss ich mal gucken, worauf ich da auf heute Abend Lust habe Äh, wann genau Kann ich noch nicht sagen, so Ich scherze mal wieder so zwischen 18 und 19 Uhr geht's los Wobei ich nicht so später und nicht so lang machen kann Weil ich jetzt nächste Woche wieder Frühschicht habe Was allerdings für euch gar nicht mal so unddoof ist Weil ich dadurch öfter streamen kann Bin ich ganz ehrlich Die Stream-Wahrscheinlichkeit liegt diese Woche dadurch ein bisschen höher Ein bisschen schöner liegt sie da Weil Man hat's Ich hab's auch noch den Abend immer für mich Aber muss halt früh pennen, weil ich nächsten Tag Frühschicht hab und so Und bin immer müde und hast du nicht gesehen Aber Äh Wie gesagt, ich streame aktuell sehr, sehr gerne Es macht mir sehr, sehr viel Spaß Einfach so mit dem ganzen neuen Jetzt wo ich mir die visuellen Alerts hab Wo ich den Leuten auch tatsächlich Wo ich weiß, wer mir folgt Dass das nicht nur irgendwelche Zahlen Sondern dass da auch die tatsächlichen Namen hinter sind Bei denen ich bedanken kann Das find ich immer schön, dass du denn sowas dann hast Und ich hab Ich hab mich mal vielleicht heute noch rasieren sollen Ich weiß auch nicht Mein Bartwuchs ist in letzter Zeit ziemlich out of control Ich weiß auch nicht Ist total nervtötend Das wisst ihr gar nicht Fakt ist Ähm Ja, ich streame in letzter Zeit sehr, sehr gerne Sei es auch nur Doom Irgendwie ein bisschen auf 100% hinarbeiten Weil ich das gerne haben möchte Weil das Spiel mir auch an sich sehr viel Spaß macht Und ich da sehr viele Hebel suche Ja Es wird am längsten dauern Dieses Spiel irgendwie alles zu finden Was dieses Spiel zu haben hat Das wird noch am längsten dauern Diese Multiplayer-Sache Das mach ich wahrscheinlich irgendwann mal nebenbei Oder diese Snap-Map-Sache Mal vielleicht auch noch im Stream Muss ich mal gucken Weiß ich noch nicht Oder äh Einfach mit der Konfi irgendwas im Stream machen Das macht mir einfach Spaß Das find ich schön Streamen macht mir aktuell sowieso Fast schon mehr Spaß Aber ich werd trotzdem heute noch Ratchet & Clank aufnehmen Damit der Vorrat für darauf die Woche natürlich gesichert ist Muss ja natürlich Soll ja natürlich auch Ich bin mit meinem Vorrat voll abgeglitscht Muss ich ganz ehrlich sagen Mein Urlaub Mein Urlaub Diese Faulheit Diese Faulwoche Die hat mich richtig Äh Richtig aus der Bahn getreten Meine erste Urlaubswoche Die hat mir meinen gesamten Vorrat ruiniert Hab ich das Gefühl War ich die ganze Zeit nur so Ich hab eigentlich gar keine Lust heute was zu machen Und dann hatte ich natürlich auch beide Wochenenden Besuch Da hatte ich auch keine Zeit aufzunehmen Von daher ich hätte An sich hätte ich gerne mehr Stripe gehabt zum Aufnehmen Aber es war eigentlich an sich ganz gut Ich hab mir auch schon gedacht Dass es so weit kommt Dass mein Vorrat sich relativ schnell verabschiedet Ich muss mal gucken Vielleicht find ich jetzt irgendwann mal wieder jemanden Mit dem ich so ein kleines Neben LP Oh meine Haare sind das reinste Chaos gerade Äh Erstmal wieder so ein kleines Neben LP aufnehmen Was man denn zwischenschieben kann Dass ich wieder ein bisschen Buffer kriege Aber bis das ist Müssen wir erstmal noch gucken Aktuell erstmal Ratchet & Clank Devil May Cry Und äh Zu Ratchet & Clank zum Nachfolger Hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht So weit B noch gar nicht Aber zu DMC muss ich mir bald schon Gedanken machen Weil Es ist bald schon wieder fertig Das ist jetzt Mit dieser Woche bin ich bei Mission 16 16 oder 17 schon Also nicht mehr viel Und da muss ich mir schon wieder was Neues einfallen lassen Und ich glaub ich hab da auch schon So ne kleine Idee So ne kleine Idee hab ich da Dazu möchte ich aber noch nichts sagen Belassen wir es dabei Gut Aber ich glaub das war soweit alles Die Woche war relativ unspektakulär Weil Okay was noch gesagt werden kann Äh Ich hab jetzt Vorgestern Ein Stream Highlight hochgeladen Auf meinem Kanal Und das kam hammermäßig bei euch an Das zeigt mir nur Dass ich vielleicht mal Alle meine Streams aufnehmen sollte Für den Fall Dass ich sowas habe Dass sowas kommt Dass ich das tatsächlich auch In nicht so Schäbiger Qualität Wobei es sah jetzt gar nicht so Schlecht aus Aber ich war unzufrieden Belassen wir es dabei Äh Dass ich es dann noch hochladen kann Ein bisschen schneiden Ein bisschen bearbeiten kann noch Und dass das dann als Stream Highlight hochgeht Auf meinem jetzigen Kanal Und mein Und LH Und dann so Für die fullen Streams Und hast du nicht gesehen Und Ende Ich bin ja alles in der Beschreibung Faget Schönen Sonntag euch noch Und eine schöne Woche Bis zum nächsten Mal Ciao Leute Ciao Ciao